ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen video ich bin mal wieder draußen im grünen hier bin ich hallo die die mich länger verfolgen wissen ich habe geschliffene gläser deswegen müsst ihr mich jetzt mit der sonnenbrille ertragen ich habe ein schönes video für euch heute und zwar war ich bei meinem bekannten von dreamwatch viele grüße auch noch mal an dieser stelle vielen dank dass ich mal wieder drehen durfte bei euch im laden es waren ein paar schöne interessante uhren da vor allem von bulgaria wirklich sehr sehr interessantes modell ich habe die uhren gefilmt ich werde euch jetzt gleich in der nahaufnahme wo ihr mich dann hören und die uhren sehen werdet einfach nur meinen ersten eindruck und meine gedanken zu den uhren erzählen das heißt das ganze wird kein review keine vorstellung der uhren vielleicht wird eine uhr noch mal gesondert vorgestellt ihr werdet dann gleich hören welche es ist einfach so ich sag mal impressionen von meinem besuch bei dreamwatch wo ich eben die möglichkeit hatte verschiedene uhren mal zu sehen die ich ansonsten vielleicht nicht unbedingt in die finger bekommen hätte ich hoffe euch gefällt das wenn ihr gerne auch mal mehr davon wollt ein video gibt es ja bereits das ist dann hier oben irgendwo verlinkt schreibt mir das gerne da unten in die kommentare schreibt mir auch gerne eure meinung zu den gezeigten uhren was ist euer ding was ist vielleicht nicht so eure uhr und welche würdet ihr kaufen budget jetzt mal außen vor gelassen wenn ihr die wahl hätte eine aus diesen gezeigten uhren eben mitnehmen zu können ansonsten nicht zu vergessen der wrist jack heute ist es die batman gmt master 2 rolex andersrum rolex gmt master 2 batman ihr wisst was gemeint ist warum trage ich die uhr ganz einfach zum einen finde ich sie sehr schick und sie passt auch gut zu meinem hier blauen hemd zum anderen ist mittlerweile das review neben dem unboxing draußen und viele von euch fanden das review zu kurz dementsprechend wurde gefragt wie denn meine persönlichen eindrücke sind fernab eben der technischen hard facts die ich euch im review geliefert habe und da ich dann so eine art erfahrungsbericht machen will und den logischerweise erst dann machen kann wenn ich auch erfahrungen beim tragen gesammelt habe also wie trägt sich die uhr wie ist sie kombinierbar erregt sie viel aufsehen erregt sie wenig aufsehen was weiß ich was man halt alles an erfahrungen über eine uhr sammeln kann erst wenn ich diese habe kann ich logischerweise das video drehen deswegen ist sie jetzt häufiger an meinem arm jetzt gehen wir in die nahaufnahmen und ich erzähle euch was ich zu den uhren so denke und was ich für einen eindruck davon habe viel spaß dabei und wir starten direkt mal mit einer sehr sehr ausgefallenen uhr mein persönliches highlight in diesem video ich bin sogar überlegen noch darüber ein einzelnes review zu machen muss mich dabei zugegebenermaßen noch etwas in die materie einlesen wir haben hier eine uhr von bulgari und zwar die ich hoffe ich spreche das richtig aus ich hatte in der schule immer latein nie französisch gerald janta kann das sein ich habe mein bestes gegeben er zeichnet sich vor allem verantwortlich für diverse designs unter anderem bei ap sollte also jedem in der uhrenszene ein begriff sein und das hier ist ein modell von bulgari das sich auf eines seiner also von herrn janta konstruierte beziehungsweise designte modelle stützt und das eben aufgreift das ganze ist aus bronze und hat einiges zu bieten zwar hat die uhr ein durchmesser von 47 mm ist also nicht für jeden tragbar wer sich die uhr aber ans handgelenk schnallt der hat eine mondphase eine gmt funktion sprich eine zweite zeitzone und eine springende stunde ihr seht an den seiten das ist alles was da nicht bronze farben ist und dementsprechend eben auch aus dem material bronze besteht das ist aus titan wir haben also so diese kleinen pünktchen diese kleinen noppen aus titan genauso wie die drücker aus titan die ganze uhr ist im prinzip ja ein gesamtkunstwerk so würde ich es bezeichnen ich war von der ersten minute an geflasht von dem teil ob ich es mir selber jemals kaufen würde wenn das budget passt weiß ich nicht allerdings ist es mit sicherheit was was so auf der welt kaum ein anderer hat denn die uhr ist limitiert auf 199 stück weltweit soweit ich weiß und dementsprechend exklusiv und weiter geht es mit einer uhr die wir auch mit sicherheit die weitaus meisten von uns sich eher leisten können und wahrscheinlich auch eher kaufen würden als die eben gesehene bulgarie hier eine omega speedmaster mit vollkalender anzeige von allen uhren modellen die in diesem video sehen könnt ist das definitiv die uhr die ich mir am ehesten selber kaufen würde zum einen weil ich einfach diese komplikation der vollkalender anzeige in so einer sportlichen uhr sehr schön finde zum anderen weil ich die uhr als solches super finde sie fällt auf ohne aufdringlich zu sein und da ich kein großer fan zugegebenermaßen der daytona bin auch wenn ich ihren status als absolute ikone und klassiker natürlich voll und ganz anerkenne ja wäre das für mich sozusagen eine alternative womit man im prinzip eine schöne uhr eine einer schönen oder guten marke hätte die nicht jeder hat die auffällt aber eben wie gesagt nicht aufdringlich ist und gerade die day date anzeige die mag ich sehr in kombination mit eben dem ganzen vollkalender und einem wie ich finde sehr sehr schön armband mit diesen mattierten flächen und den kleinen polierten teilen mittendrin macht doch alles einen sehr sehr guten eindruck und ist mit sicherheit eine stimmige uhr und weiter geht es mit einer marke mit der ich mich zugegebenermaßen nicht wirklich gut auskenne auch das wird natürlich nachgeholt aber man kann nicht alles wissen wir haben hier von iwc ein modell der aqua timer und zwar gewidmet jacques yfcousteau ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen wieder dieses französische die uhr gefällt mir optisch ziemlich gut ist eine schöne sportliche uhr auch hier haben wir ein chrono auch hier haben wir eine day date anzeige und eine lunette die einen gewissen nutzen hat die uhr hat einen durchmesser von 42 mm und ja was kann man dazu noch sagen ein gehäuseboden den seht ihr gleich noch mal der graviert ist aus stahl verschraubt das ganze an einem kautschuk band mit dornschließe was diesen sportlichen charakter dann natürlich noch mal unterstreicht und mir hat die uhr persönlich relativ gut gefallen aufgrund der größe und des gewichts sie wirkt auf mich massiger als 42 mm durchmesser die höhe habe ich für euch jetzt leider nicht griffbereit aber es soll ja auch mehr ein eindruck und keine vorstellung werden aber es war eine uhr die man auf jeden fall merkt und die auch präsent ist am arm und die kombination aus im prinzip schwarz grau weiß und eben dann dem blauen kautschuk band war wirklich sehr schön und passt natürlich zu sehr sehr vielen outfits solange sie eher sportlich sind und weiter geht es hier mit einer uhr die kennen wahrscheinlich die meisten von euch zumindest diejenigen die rolex nicht allzu schlecht finden die rolex air king hier in der neueren variante mit eben 40 mm durchmesser macht einen sehr sehr guten eindruck dahingehend dass es eine sportliche uhr ist die vom gehäuse her sehr schlicht sehr schlicht ist und auch vom band her nicht groß auffällt aber natürlich durch den großen und sehr prägnanten grünen schriftzug auf dem zifferblatt man sieht ihn dann gleich noch mal in der nahaufnahme wenn die aufnahme der schließe sozusagen fertig ist sticht das doch ziemlich ins auge das heißt man muss doch mit einem gewissen sagen wir mal ego diese uhr tragen aber das kann man auch mit fug und recht tun die uhr hat eine gangreserve von 42 stunden besteht aus stahl wie ihr hier sehen könnt hat natürlich so viel glas vollkommen klar und ist ein ganz simples aber sehr schönes drei zeiger modell und natürlich besonders die ziffern 3 6 und 9 hervorzuheben sind die ich weiß gar nicht aus was für einem material sind könnte das weiß gold sein auf jeden fall die glänzend hervorstechen aus dem rest ansonsten mir persönlich gefällt der kontrast von grün weiß und schwarz auf dem zifferblatt sehr gut das mattierte armband äußer ist jetzt nicht unbedingt mein geschmack da könnte ein bisschen mehr bling bling sein ihr wisst ich mag das ganz gerne aber die uhr ist alles in allem sehr stimmig und ein guter allrounder und hier kommen wir jetzt zu einem vintage modell einer iwc und da ich so gar nicht derjenige bin der von vintage groß ahnung hat habe ich mir sagen lassen dass hier wahrscheinlich ein vintage kaliber 8541 automatik in dieser uhr schlägt ansonsten kann ich euch nicht viel dazu sagen die bilder sprechen da glaube ich die beste sprache es ist ein dresser definitiv es ist keine uhr die man jetzt zum sport anziehen sollte aber wenn man diese uhr trägt dann hat man auf jeden fall einen schönen dresser mit geschichte und leute die was von uhren verstehen die sehen auch ups das ist eine iwc das ist schon etwas wertigeres ja und das war es dann auch schon wieder mit meinem besuch bei dream watch ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe ich konnte euch ein paar schöne uhren zeigen die ihr vielleicht noch nicht kanntet mir war zum beispiel die bulgarie komplett neu ich habe sie in meinem leben noch nicht gesehen auch die iwc vintage kenne ich schlichtweg nicht da ich kein vintage kenne und wie gesagt iwc auch nicht sonderlich gut auf dem schirm habe war das tatsächlich eine gute neue erfahrung für mich ich hoffe beim nächsten besuch wieder einige interessante uhren für euch einfangen zu können und sage mal ich freue mich auf das nächste video für und mit euch macht's gut bis bald